Willkommen zu einem weiteren Part von Kingdom Hearts 3. Ich gehe jetzt zum Gegner. We're all clear. Gut. Niemand da. Okay. He he. Ich habe ja extra aufgehoben hier. Mein schöner Hammer. Für die Niemande hier. Weil ich mir dachte, könnte ich noch gebrauchen. Komm, friss. Aua. Mann. Wenn mein Hammer nicht mehr läuft, dann halt Rufi-Bomber. So. Wow. Aua. Wow. Okay, friss. So. So, Hammer. Wenn ich mal Raketentanz. Ach, gut. Friss das doch. Drecksack. Ja. Mann, Schlitzer, cool. Okay, ich denke mal, es blocken da. Drücke ich, dass du eine Attacke erfolgreich geblockt hast. Mein Angriff mit, aus einer Reihe von Gottangriffen, Blockkontag genannt, auszuführen. Okay. Ich verstehe. Du wißt du, die keine Leute auszucht. Die Leute, die sind scheißen. Ja. Ich bin froh, dass wir ihn noch nicht gesehen haben. Ich weiß, du bist da. Komm, du, Hasbein. Hasbein? Nun, warum würdest du das sagen? Weil! Bossing um niemandem? Das ist die alte Organisation! Warum? Du bist auch in der realen? Good für dich! Mein Name ist Marluxia. Und ja, das ist richtig. Wie interessant ist es, dich wiederzunehmen, Sora. Wiederzunehmen? Du kennst ihn? Was ist mir? Es ist ein Schade, dass du keine Erinnerung von mir kennengelernt hast, weil ich dich sehr gut erinnere mich. Obwohl, es sind die Erinnerungen, die ich bald erinnerst. Ich weiß nicht was du sagst! Du solltest du. Du solltest du niemals, für das Wichtigste. Jetzt, wenn du mich verletzt hast, habe ich zu fragen. Du solltest du ein favorit? Favorit? Du musst mich schuldigen! Bitte hörst du, was ich muss sagen. Ich bin sicher, dass du dich merkst. Wow, vielleicht nicht. Aber du solltest du wissen, dass die Mädchen mit dir, Rapunzel, ist die sehr Licht dieser Welt. Ich würde sie sehen, dass du sie von ihren Schroren schmerzen. Huh? Wir beginnen mit dir, richtig? Alles, was die Organisation ist, ist die Balance. Du musst verstehen. Unsere Objektivität ultimative ist, nicht mit der Lichtung. Wir versuchen, es zu komplementieren. Use diese K-Blade, um zu halten, Rapunzel zu sein. Das ist garbage. Wir haben besser Rapunzel gefunden, bevor er das macht. Okay, dann gehe ich mal hier hin, weil in die Richtung hat er geguckt. Hm? Oh, ich habe noch den Hammer. Der verschwindet jetzt. Okay, Plasma laut. Das ist schön. Ich habe auch nicht gedacht, dass der Kampf so schnell vorbei ist. Aber gut, kann ich auch vorher nicht wissen. Mal Lux, ja. Oder Malus, ja. Ist klar, so was sich nicht erinnert. Wenn man Chain of Memories kennt, weiß man warum. Ach ja. Was ist das? Ich glaube, der einzige Teil, den ich nicht gespielt habe, ist Recoded. nochmal so ein Steckbrief. Ach, Bogenschützer. Chris. So, Hyperhammer. Affen. Ah, da ist er ja. Ich muss doch, der ist irgendwo oben. Ich habe doch gesehen, dass er geschossen hat. Gut, viel Bomber. rum. Aber das war's mit dem. Okay, die Richtung. Nein, bin ich nicht. Ah, okay. Wie dann. Zutat. Ah. 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 Ich will sie selbst finden. Sie rief von Hause? Was ist, wenn Marluxia war zu etwas da hinten? Du glaubst alle Entscheidungen von Karten? Was? Nein, natürlich nicht. Aber was ist, wenn? Ich verstehe. Warum ist Rapunzel in Gefahr? Und welche Schmerzen nach ihr? Gut Leute, der erste Schritt ist, sie zu finden. Ich hoffe, Rapunzel ist gut. Ich bin jetzt. Ich hoffe, die Wälder hier nicht sind. Äh, wieder niemanden. So. So. Moment, jetzt sind wir auch schon reiche auf dem Sack. Ja, ein Kino H2. Ach ja. Besonders. Welche, die sich Boden erkriechen konnten und dann durch die Gegengräuten um dann und verwundbar waren. Die sind richtig auf den Keks gegangen. So. Er hatte nicht schon Stufenleute? Na egal. Baketentanz. So. Verschlag. So. 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 Geht's also nach Corona, ja. So. So geht's also nach Corona, ja. finale die schon wieder aber so ja doch alle bei mrt jetzt gehen nach euch würde ich jetzt als herzloser einschufen doch mal das ding abgeschämmert so viel bomber ich habe keine mini karte mehr irgendwie ist das hier ziemlich dunkel so was ist das hier eine höhle kannst du auch so also was willst du ach der affen ey ok scheitert der affen ich mich auch herr war darf hier vergessen die richtung richtung corona so ok zwischen den wegwäntz Das ist Rapunzel. Du bist so ein guter Junge! Ja, du bist! Du bist alle schuldig von diesen Schlimmen all over dem Platz? Entschuldigung! Niemand apprezieht dich, oder? Oh, komm mal! Er ist ein Schlimmiger! Oh, er ist nichts, aber ein großer Schlimmiger! Ist das nicht richtig? Maximus? Was? Du musst mich schuldigen! Schau, heute ist ein bisschen der größte Tag meiner Leben. Und das ist, ich brauche dich nicht, um ihn zu verabschieden. Nur für 24 Stunden, und dann kannst du dich wiederholen, um dein Herz zu verabschieden. Okay? Und es ist auch mein Geburtstag, um zu wissen. Huh? Huh? Rapunzel! Du bist hier! Und du bist okay! Ja! Du auch! Und guck, ich brauche einen Freund! Und du bist, ich brauche einen Freund! Ich habe dich, Maximus! Du kannst sagen, dass Flynn uns zu verabschieden. Und wo einen geht, der andere folgt. Das ist Sora, Groofy und Donald! Sie haben mich geholfen. Ach! Komm schon! Der König ist nicht weit. Okay Ich wollte eigentlich nicht Alter Aufzustören Donald ich kann nicht kaufen ja ja noch mehr davon schmieden ok cool kann ich meinen Schützelschwert verbessern ja kann ich, schön Hilfe Sheriff dafür brauche ich andere Dinge als für das andere gut dann und und verbessere ich das mal boah ach könnte ich noch verbessern cool ähm na dann aufrüsten he he formänderungszeit plus oh das ist cool und durch das auch so auswirkt ist das geil preis ja ich muss auch mal ist ist gut ich ich kiste die karte für das gebiet bestimmt übersehen ja da möchte ich nicht von daher kommen muss ich mich vertan haben von hier komme ich verstehe ich würde sagen hier gibt es einen kampf was we need to scale these clips well then let's look for a way up okay Schaue und klasse und schaue einen Weg. Tops. hoch hier nochmal schwingen und rüber okay das bringt nichts es gibt es denn hier so mina okay zack zack boom wirklich drehung ja macht sie platt rapunzel ach ich liebe das so jetzt kommt mein lieblingshammer wird wieder gehämmert ach das gefällt mir unheimlich gut nimm's neuer kortschritt das hat für mir hammer action und drehschläge so für den hat er mit 20 aber und noch mehr herzlose wie sehr okay das sind noch mehr herzlose wie sehr noch mehr gegner okay da ist noch einer jetzt langsam ruhe so das haben wir auch geknipst okay hier hoch hier ist noch was hier liegt noch was okay es geht noch weiter hoch und noch mehr affen natürlich sind es noch mehr affen affen hier affen da affen überall ich muss mich noch veräppeln ja friss naja da hinten naja da hinten das erfahren wir weit aber auch verflucht naja hoch da drehtropfen schön schauen wir mal wo das hinführt außer zu affen okay und rüber hi türmchen leck mich leck mich alter kack ja hammer jetzt wird gehämmert hier machen wir mal weg die drehung macht schön schaden jetzt gibt's haue so so wieder die drehung so hier geht drehung okay jetzt kommt wohl der richtige boss spritzfahrt hier das geht auch nicht sein Oh. Hehehehe. Ams. Ich hämmer dir ein, du Scheiß. Ich möchte gern. Fährt, du. Bomben. Können wir noch nicht vorbei? Natürlich nicht. Nächste Spritzfahrt. Wie ne alle. Klatsch. So. So, Kufi-Bomber. Das macht schön Schaden. Und. Bumm. Hat aber gar keinen Schaden gemacht, wie ich sehe. Aber wir zu früh. Zack, zack, zack. Okay, nochmal. Drücke im freien Fluss, greif um einen Supersprung ausführen, mit dem du bislang ungeartete Höhe da rein kannst. Ja. Boah, nett. Ich heile mich aber erst mal. Ich würde sagen, von hier bin ich hier kommen. Ne, von hier bin ich hier kommt, gut, dann gehe ich die Mauer hoch. So, Fertigkeiten. Ich glaube, ich muss da noch ausrüsten, ne? Wie das hier. Supersprung, genau. Ja, es ist das, was ich haben wollte. Das habe ich vermisst. Das habe ich vermisst. Tauchsprung. Ich bin mir da. Keine Ahnung was in Maastkofri. Tauchsprung. Tauchsprung Das bräuchte ich aber Wasser Hm Oh, schau, ich sehe ein paar Zähne, das hier Warte, komm zurück, ich muss sie starten Tja, so ist das Heidra Punze Das musst du noch alles lernen Ups Du sie sie Oh, da sind sie The birds flew that way, Sora I'll be more careful this time Oh, da sind sie The birds flew that way, Sora Oh, da sind sie I think Rapunzel's found something Okay Du gehst zu Rapunzel, will geh ich langsam Scheiße Rapunzel's calling you Ja, ja Ich weiß Und bitte nachher nochmal piep Oh, da sind sie So, diesmal nochmal versuchen Slowly 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 And slow Yeah Oh Slowly I never seen a bird like you Listen Sie singen Für uns Hm Schön Ah, hier ist ne Kiste Die freche Kanarie Okay, ein Spiel, das klassisch gültigreißt Du kannst auf dem Gummifon spielen Okay, hier ist ein Speicherpunkt Dann würde ich sagen, nutze ich den, um zu speichern Und sage bis zum nächsten Mal Und auf Wiedersehen Haut rein Bis zum nächsten Mal